wie soll ich das gefühl dass er mich weit so einer ausgeschaltet ich will nicht dass ich gerade so ruhig bin aber ich schieße erst da wenn da einer da ist los kopfschroß ich will Gas Fall aber um alter, man braucht schließlich ne ganz Zeit Na ja! Wie ist das? Mano, 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 mano! Na ja! Verstärkung! Hier! Übernimm die Sanche! Hier! 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 Ok, das ist gut. Sehr schön. Okay, da ist verschlossen, da ist einer dahinter. Geh weg. Reaktivieren Sie Waffen der Solarko im Angriff auf... So, ok. Ich lasse ihn aus. Wo ist die Steuerkonsole? Ah, hier. Ok. Wir haben die Brücke erreicht, Sir. Wir haben es geschafft. Es ist zu spät. Sir, was soll das heißen? Wir sind jetzt hier. Solarko-Aktual, Mayday, Mayday. Der Werktor ist kritisch. Es gibt nichts. Gesundheit, Sir. Wow, wow, wow. An alle, an alle, hier ist Solarko-Aktual. Bereit machen für den Aufprall. Es war eine Ihre, mit Ihnen gedient zu haben. Oh mein Gott. Sind die alle hin, jetzt? Warte. 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 Was ist los? Schwarzer Müllchen? Warum? Äh. Ok, Mission abgeschlossen. Schlacht um die Solarko. Ei, ei, ei. Soldat. Schwierigkeitsgrad. Neuer Rekord. Aha, getötet. 62, Hilfen 4. Okay, also es kommt insgesamt auf die Tötungszahlern. Alles klar, weiß ich Bescheid. So. Ja, nächste Mission. Weiter geht's. Wir kommen gerade mal wieder zu uns. Verstanden. Ja, wir hatten diesen brutalen Angriff gerade. Herr Stilleinlagebericht. So lacko actual here winter. Bitte komm over. So lacko actual, können Sie mich hören, verdammt? Winter, hier ist so lacko actual. Es ist gut von Ihnen zu hören. Sir, wir sind auf der Brücke. Wir waren nur zu spät. Denken Sie nicht mehr darüber nach. Es ist vorbei. Wir vakuumieren uns auf die Solarko. Raiders X5 startet auf Sie. Also lassen Sie uns um Gottes Willen nicht warten. Egg trail over. Wie weit sind wir vom Rockstar entfernt? Wie weit sind wir vom Rockstar entfernt? In Metern oder Anzahl der Viecher, die uns an den Kragen wollen. Ist das die gleiche Zahl? Etwa vier Meter. Alter, das ist ja Rambo, ey. Ah, 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 ah. Wieso ist diese Schöp noch nicht zerfallen? Wir brauchen einen anderen Weg. Ach, meinst du? 2-1, hier ist Trailer 6-5. Hier wird echt brenzlig. Seht ihr hier? Over. Was heißt denn da, 6-5? 2-1, so etwa arschtrittweite. Die Truppen wollen mit unserem Dropship abhauen. Machen Sie das hierherkommen. Sind in 20 Minuten da. Die Scheiße fliegt uns wie wir on. Wir beeilen uns. Ah, 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 ah. Okay, alles was so funktioniert hat. Dass, was Sie sagen. ganz so schweißerliger und da oben nicht da was alles klar wir haben nur Munition für die Schmurtgang geil finde ich ja geil wir gehen über das Leben nach oben gelaufen sind wir sind immer so ich bin wir sind auf das gestoßen das bin ich kann ich nicht aufmachen guck dir das mal an Heavy Metal geil das ist wie Dead Space okay ah klar wir warten auf uns dann geh mal rein Reinhardt geil neue Waffe ich komme da wieder nicht zwischen den Kisten vorbei so das ist aber nice das ist aber wieder der Raum ist Freigrund oh hier liegt okay wir hatten gar nicht gebraucht wir waren ja eh scheiß da komme ich nicht weiter das fuhre ich wieder zurück hier durch okay äh ja die Wand rennen 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 oi 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 was ist dir passiert sind die alle tot loll naja ich geh schon ich geh schon ich muss bis hier rein jetzt 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 da war ich schon da lang okay wartet schon ja 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 ja